Die hierzu erwerbende vollständig renovierte Vierzimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Offenbach am Main. 1973 wurde das Mehrparteienhaus erbaut und 2010 saniert. Die Immobilie befindet sich in der zehnten Etage und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über drei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Gästetoilette, einen Keller und einen Außenparkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 93 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 140.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.